Hallo und herzlich willkommen zurück zu Firefighter Simulation. Ich verneige mich, ich verneige mich, viel lieben Dank dafür, ähm, euch habe ich das zu verdanken und guten Morgen zusammen, da ich selber viel zu tun habe, nur es seltsam und wichtig sind kürze. Ich teile die hoch, ach ja, wir sind ja schon wieder hier, so, ja, Florian 1, ich dachte Florian 1 haben wir schon durch, oder müssen wir mehr Punkte sammeln. So, ran an die Arbeit, juhu, so, wir sind wieder im Feuerwehralltag unterwegs. Yeah, juhu, ich freue mich auf den Alltag, juhu, einfach nur die, um sich in der Feuerwehrwache gucken, so. Ja, wie gesagt, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich noch eine Folge aufnehme, weil es so fürchterlich, huch, äh, so. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz möchte ich gerne, huch, äh, äh, möchte ich euch den Spaß nicht nehmen und würde sagen, wir machen das nochmal, ich drehe mal eben die Kamera ein wenig, damit ich ein bisschen besser im Bild bin, so. Huch, hier sind meine ganzen Feuerwehrkollegen. So, wir sollen uns ja mit dem Fahrzeug vertraut machen, so, jetzt gucke ich nochmal, alter. Wer war denn bitte in der Pause mit meinem Auto unterwegs? Das gibt's doch gar nicht, ich bin nur am Autowaschen, so, warte, dann geht's so, achso, ich muss ja erst das Tor aufmachen, ne? Da war ja was, wie war denn das nochmal, hier, Knopf drücken. Ähm, ich, äh, wie war denn, hä? Wie krieg ich denn das Tor nochmal offen? Ein, ah, nee, ein Stein? Hallo? Ah, hier. Huch. Ich hab alles vergessen, es tut mir leid. So, wie fahr ich denn, wie fahr ich denn jetzt da hinten? Ach, da ist die Waschhalle gewesen, genau. Was, R3? Achso, R3 für die, achso, für die Kamera. Ja. So. Huch. So, dann gehen wir noch, gucken wir mal eben das Auto waschen. Wir haben ja genug Zeit, unser Alltag beginnt ja gerade. Wir haben wieder den Superkärcher ohne Schlauch. Das ist der Wi-Fi-Schlauch im Übrigen. Den gibt's jetzt zu kaufen, der Wi-Fi-Schlauch. Wir müssen die Autos ja sauber halten, wir sind ja, wir sind ja von der Feuerwehr und wir müssen ja am Einsatzort quasi sauber ankommen, damit die Leute nicht denken, ey, was sind das denn für Hampelmänner? So, ich wasche hier mal das Auto. So. Wie die alle über den Boden gleiten. Huuu. So, das Auto muss ja sauber sein, ne? So, wow, ist das spannend. Huuu. Der Feuerwehralltag, man mag es gar nicht glauben. So. Wie du siehst, wir sind immer noch im Live-Let's-Play oder befinden uns im Live-Let's-Play. So, ich werde mal eben den wegpacken. Der sagte ja beim letzten Mal irgendwas von, von Werkzeug, ja, na, 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 Dings, ne? Warte mal, hier. Ah, hier. Ah, ja. Was kann ich damit tun? Ich probiere euch. Oh. Ähm. Oh. Ein Feuerwehreinsatz. Ich habe jetzt weggedrückt, ist egal. Äh, wie komme ich? Äh, hallo? Ich. Was passiert hier gerade? Achso, der hat das Auto repariert. Ja, genau. Macht das doch mal. Es ist ein Feuerwehreinsatz. Wir reparieren einfach mal das Auto. Uh. Ja. Oh Gott. Ich steige mal eben ein hier. So, warte mal. So, wir müssen los. Hallo, Freunde. Geht weg. Geht mal aus dem Weg. Juhu. So, Feuerwehreaction in Brunsdorf. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Ich nehme wieder die Abkürzung. Was? Winterreifen drauf bekommen? Ja, bestimmt. Liegt hier auch so viel Schnee gerade hier. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Manpower? Ich finde auch sehr geil, wie die Spiegel hier super funktionieren. So. Ta-ti-ta-ta. Achso. Das Spiel war übrigens sehr leise gewesen beim letzten Mal. Ist mir aufgefallen. Ich mache es mal ein bisschen lauter. So. Yeah. So. Ich bin gespannt, was für ein Feuerwehreinsatz uns jetzt erwartet. Vor allem mit Florian 1. Ich bin gespannt, ob wir auch den nächsten Mal andere Fahrzeuge fahren dürfen. So. Ist das jetzt hier? Nee. Hier ist irgendwie so ein Mischwerk. Boah, Alter. Diese Action. Oh Gott. Wie weit weg das ist. Ist ja voll Open World mäßig hier. Guck mal. Guck mal. Da kann aber so ein The Crew oder so einpacken. Oder so ein Witcher. Guck dir mal die Wälder an. Huch. Uah. Uah. Ich habe. Vor allem habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt. Ich bin immer der einzige Affe, der hier lang fährt. Oder hier hinfährt. Die anderen, die sind alle in der Wache so am rumtrödeln. Was brennt denn hier? Hallo. Was standen hier an? Was? Wo? Ach da. Eine Mülltonne brennt. Ah ja. Ich mache mal eben hier das Martinshorn aus. Warte. So heißt nämlich das ganze Ding hier, was hier so am Tüten ist. So, wir brauchen den Feuerlöscher hierher. Und schon rennt Feuerwehrmann Flexi da hinten. Komm, ich spritze dich ab. Okay, es klingt falsch. Alter, wie läuft der denn? Die Leute hier sind mir sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Der heißt Feuerwehrmann erfolgreich bekämpft. Ja, ja. Meld den Einsatz ab. Alter. Ich habe einen Schlauch in dem Popo stecken. Ich habe einen Schlauch in dem Popo stecken. So läuft der gerade. Ich habe einen Schlauch im... Nein, tu mir nichts. Nein, tu mir nichts. Oh mein Gott. Nein, tu mir nichts. Nein. Oh mein Gott. Nein. Auf. Ich spritze dich voll so. Das klingt falsch, wenn ich das so sage. Namassi. Willkommen. Es ist so fürchterlich. Muss ich eigentlich in die Feuerwehrwache rumhängen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann doch bestimmt rumfahren auch. Komm, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Wenn ein Feuerwehreinsatz kommt, dann können wir auch da hinfahren. Wir sind ja eh mit dem Wagen unterwegs. Komm, wir müssen uns umgucken ein bisschen. Ah, guck mal hier alles mit... Boah, guck mal hier Watch Dogs. Guck mal, da kann Watch Dogs einpacken, Alter. Hier mit Sicherheitskameras und alles. Tralala. Äh, 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 Alter. Äh, äh, äh. Äh, mein Meister und Gebieter. Ja, mein Me... Äh, äh. Die Klone sind wieder unterwegs. Was machen die in den halben lieben Tag lang hier? Einfach nur rumlaufen, oder was? Endlich mal wieder im Stream. Ja, willkommen. Ich weiß nicht, was die da machen. Ob die Synchrongehen machen, oder so. Ich weiß es nicht. Yeah. Ja, wir gehen durch den Wald. Und im Wald ist mir kalt. Ich hab einen weißen Helm, du einen gelben. Oh ja. Doch die Schuhe sind schwarz. Du kommst mir viel zu nah. Und die Hände sind gespreizt. Ich bin sehr gereizt. Oh Gott, was machen die denn da, Alter? Ja, mein Meister. Oh Gott, ist das so. Da kann Horizon einpacken. Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier. Will die rumlatschen. Ah, hier. Elektrizitätswerk. Und da hinten Wassertanks. Mhm. Oh, Kondensschreifen. Welche Flugzeuge liegt in hier? Ach, guck mal. Die Kondensschreifen gehen da hinten durch den Berg. Naja. So. Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich mal eben hier den anderen Browser öffnen. Ich wollte mal eben den anderen Browser nochmal öffnen. Und mal gleichzeitig eben Kontrollmonitormäßig eben alles abchecken. So. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ich finde die Musik immer noch so spannend. So. Die Musik ist spannender wie alles andere. So. Einsteigen. Dann fahren wir wieder zurück. Oh. Einsatzbefehl Flur 1 zum Gelände. Schrottplatz. Es wurde ein Alarmgemeldet. Es wurde ein Passantengemeldet. Es ist illegale Fässer, die wir nicht sind. Ja, das haben wir ja schon. Uh. 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 Das haben wir beim letzten Mal ja schon gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ach ja, mein Bild ist ja auch da auf der falschen Seite. Oh Gott, ich muss mein Bild gleich mal ändern. Warte mal eben. Das mache ich mal eben schnell in der Aufnahme. Äh. Oh Gott. Ähm. Übertragungseinstellung. Äh. Warte, da Einstellung. Ich muss meine Kamera ändern. Äh. Oben links. So, tschack. Ich muss aber erst, äh, warte. Ich muss drehen. So. So, da bin ich wieder. Hallo. So, weiter geht's. Damit ich wieder so oben aussehe, die Minutenzahl und die Punkte, die ich habe. So. Ganz vergessen, dass ich auf der anderen Seite muss. Aber wieso haben wir das denn beim letzten Mal nicht geschafft? Ich verstehe das nicht. Und wieso, vor allem, wieso soll ich blinken? Für was eigentlich? So. Wieder Altöl. Juhu. Da hinten brennt's. Ne, hier. Ah ja, jetzt hier. So. Achtung. Meine Kollegen, ich bin eher am, am Tatort. Ich sag schon wieder Tatort. Äh. Wie alles andere. So. Aussteigen. Jetzt muss ich wieder den Roboter nehmen. So, warte. Beim letzten Mal habe ich es nicht geschafft. Ich schaff's jetzt wahrscheinlich. So. Den Battlefield 2 Roboter mal eben nehmen. So, warte. Wuhu. Yeah. Voll geil. Wuhu. 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 Der ist ja auch so schnell. Oh, guck mal. Das sieht irgendwie auch komisch aus, ne? Ne. So, Probe nehmen. Das Fass liegt wahrscheinlich wieder hier, ne? Ja, hier. So, Licht an. Probe nehmen. Äh, wie geht das? Ähm, so. So, ja, jetzt muss ich den Computer benutzen. Meine Kollegen werden wahrscheinlich jetzt gerade erstmal hier versuchen reinzukommen, weil ich die Einfahrt blockiere, siehst du? Ja. Ja, ihr müsst draußen warten. Tut mir leid. Wieder einer aussteigt. Ey, lass mich rein. Feel the speed. Ja, need for speed action hier. So, warte. So, den muss ich jetzt reinladen hier. So. Zack. Jetzt muss ich am Computer gehen. So, nein. Alter, wieso steigt der ein? Ich hab hier den Computer. Warte. Äh, ich würde gerne... Genau. So, jetzt hier den Computer. Den kann ich jetzt benutzen. So, die Analyse besagt, dass sich hier beiläglich um Farbrist handelt. Somit kann der Inhalt gefahrlos abgepumpt werden. Ja, ich hol den Pumppelter. Es ist wie beim letzten Mal. Ja, dramatische Musik. Ich muss es abpumpen. Mit der Pumpe. So, wo ist die Pumpe? Da ist die Pumpe. Ja, so sieht der Feuerwehralltag bei uns aus. Du kannst dich gerne herzlich bei uns... Uh, gerne bei uns herzlich bewerben. So. La, 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 la. So. Kann wieder reingeladen werden. Und man achte jetzt gleich mal auf meine Einsatzfahrzeuge. Wenn ich den... Ne, hier so die jetzt rumstehen. Was jetzt gleich passieren wird. Achtung. So, warte. Warte, warte. Du hast alle deine Aufgaben gewissenhaft erfüllt. Der Einsatz kann somit abgemeldet werden. So. Alle Einsatzkräfte können zurück zur Wache zurückkehren. Achtung. Zurückkehren zur Wache. Flup. Was? Weißt du, wir müssen fahren. Die Affen, Alter, die sporen einfach wieder eine Wache. Toll, wie dumm. Das ist so dumm. So, wir müssen schon wieder unser Auto waschen. Ja, egal. Hier haben wir sonst nichts besseres zu tun. So. Wenigstens weiß ich jetzt, wo die Pumpe ist. Ja, das Tutorial war auch großartig. Das Tutorial war echt großartig. Das war... Das Tutorial war echt großartig. Vor allen Dingen... Eskrisse erklärt, ja, mhm, der Schiff ist nicht da. Bla, bla, tralala. Was war das denn? Warte mal. Warte. Oh, der Hase! Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Der läuft immer rum, Alter. Ähm, vor allen Dingen, am Anfang Tutorial erklärt, ja, der Schiff ist nicht da, bla, bla. Ne, deswegen nur eben das Nötigste. Den Rest wir schon selber rausfinden. Hallo, ich arbeite bei der Feuerwehr. Ich kenne mich nicht aus. Da muss ich doch wissen, wie man was nutzt. Lol, so. Hauen wir mal wieder in die... Warte mal, nee, ich feiziere. Ich habe keine Lust zu waschen. Ich weiß schon, wenn man nicht die Autos hat, aber für die Affen. So. Na, hallo. Weißt du, die stehen hier die ganze Zeit rum, hier im Dings. So, Chef, Auto parken. So, hier. Die kleine Bibel brauchst du eh nicht mehr. Tor zu. Können wir mich jetzt hinlegen? Ich versuche, mich mal schlafen zu legen. Weil man sollte sich ausruhen. 800 Punkte haben wir. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Uah. Wo war denn hier... Ne, hier war eine höher, ne, oder? Warte, diese Klone, wie die laufen. Ich habe ein bisschen Angst. Und wir sind ja so klein. Ja, mein Meister. Und Gebieter. So, schlafen legen. Juhu. Und wieder sehr ominöse Turm. Warum? Warum ist hier ein Turm? Ich verstehe es nicht. Und nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, die wirklich... Äh. Die wirklich geschaut haben, das Video. Also, vielen Dank. Es ist innerhalb von ein bis zwei Tagen fast 80 Aufrufe. Vielen Dank für die Folge 1. Und 2 sind es, glaube ich, jetzt 15 oder so oder 20. Kann ich dir helfen? Und wieso sind die alle so groß und nicht so klein? Nein. Ich habe nichts gemacht. Lass mich. Lass mich. Ich war lieb. Uah. Wie ich dir einfach mal in der Tür ab, Alter? Uah. Oh Gott. Was ist denn hier für ein Raum? Ah, hier wird er mit den Lederhandschuhen. Statt Table Dance macht er Door Dance. Ja. Das war der Einzige, der festhängt, ne? Kann ich... Uah. Vom Gelände des Baustoffhandels. Bürger. Wurde ein Alarm gemeldet. Ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Raucherwägung gesehen. Wie gibt ich schnellstmöglich dorthin? Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Okay. Uah. Ich sollte erst mal... Uah. Uah. Ja. Weißt du, alle stehen... Wir müssen hier raus. Genau. Wir müssen... Oh. Wir haben vergessen, die Tür zuzumachen. Äh. Hallo? Ist egal. Wir fahren mit offener Tür. Ist egal. Komm. Juckt eh keine Sau. So. Uuuuh. 180 Grad Turn. Funktioniert nicht. Egal. So. Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten schon wieder. Wahrscheinlich wieder nach Brunsdorf. Wir haben bis jetzt nur die eine Stadt Brunsdorf kennengelernt. Wahrscheinlich... Ah, hier ist der Turm. Da können wir gleich mal gucken hin. Wenn es wieder Tag ist. Wahrscheinlich heißt die ganze Ortschaft hier Brunsdorf. So. La, 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 la. Rauchentwicklung. Wahrscheinlich brennt wieder eine Mülltonne. So sieht also euer Feuerwehralltag aus, liebe Feuerwehrmänner. Die jetzt gerade hier das Video seht. Oder gerade vielleicht hier im Stream seid. Sollte es wirklich so sein, dass euer Alltag so aussieht. Ja. Hier, der neue Feuerwehrmann Flexi meldet sich freiwillig zum Dienst. So. Wo ist denn jetzt hier? Warte. Ich hule schon mal... Ich hule schon knistern. Ich hule schon mal hier den Feuerlöscher. So. Da hinten brennt irgendwas. Hier an dem Silu. So. Hier. Eine Tonne. So. Fertig. Ist das so? Funktioniert das so bei euch? Ich... Dann melde mich freiwillig. Zur freiwilligen Feuerwehr. So. Warte mal. Machen wir hier zu. Dann hier auch noch. Warte. Äh. Hallo? Nein. Ich will nicht einsteigen. Ich will die Tür zu machen. Ich fahre den ganzen Tag mit... Mit... Hallo? Ich... Ich... Hallo? Nein. Ich... Oh, es ist wohl... Ah, was? Was? Hallo? Ich... Ich... Ah, hier. Na, endlich. So. Jetzt können wir hier Licht ausmachen. Dann können wir hier Scheinwerfer anmachen. Und dann geht es wieder zurück zur Station. Äh, zur Wache. So. Blinker setzen. Und dann... Funktioniert der Blinker auch? Ah ja, Tatsache. Warnblinklicht auch. Ah, ja. Das ist oben das... Die Rundumleuchte. Da hinten qualmt es irgendwie immer, komischerweise. So, wollt mal gucken, wen im Turm, ne?